Die Körperdrehung im Golfschwung ist eines der absolut essentiellsten Sachen, die man können muss, um konstante und weite Schläge zu machen. Sie wird aber auch komplett missverstanden und auch falsch gelehrt. In diesem Video zeige ich dir die wohl einfachste Art, eine Drehung durchzuführen mit einer Art und Weise, wie du es sicherlich noch nie gesehen hast. Also bleib dran, wir starten jetzt! Hallo, mein Name ist Christoph Bausek und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich, wo ich Golfunterricht erteile und Kurse abhalte. Obwohl die Körperdrehung eine der absolut essentiellsten Sachen ist, die es gibt im Golfschwung, wurde sie seit vielen, vielen Jahren falsch gelehrt und falsch verstanden. Seit ein paar Jahren hat man ja die Möglichkeit, mit 3D-Westen die Bewegung in 3D zu messen. Und da hat man folgendes gesehen, dass es nicht so ist, also es nicht reicht, dass man einfach nur den Oberkörper so nach rechts dreht, sondern es gibt zwei Hauptbewegungsachsen. Und nämlich, dass die Schultern sich im Aufschwung runter bewegen, sprich die linke Schulter geht beim Rechtshändengolfer hinunter, das siehst du hier. Und das zweite wesentliche Element ist, dass der Oberkörper, der ja im Setup in einer Vorwärtsneigung ist, dass der sich wieder aufrichtet. Das klingt jetzt etwas kompliziert, aber wenn du jetzt hier anschaust meine Aufschwungbewegung hier, dann siehst du, dass mein Kopf genau in der Mitte geblieben ist, meine linke Schulter tief ist. Und wenn ich mich anders hinstelle zur Kamera, siehst du auch, dass ich tatsächlich aufrecht stehe und nicht nach vorne gebeugt. Würde ich das so machen, wie man oft hört, dass man einfach nur den Oberkörper nach rechts dreht, dann würde ich dann so aussehen. Und da siehst du, dass mein Oberkörper jetzt hier vorne ist. Und diese Achsenverschiebung im Oberkörper, die ist wahrlich nicht günstig. Deswegen möchte ich dir jetzt erklären, wie du das ganz einfach richtig lernst. Wenn wir jetzt von der Drehung reden, gibt es da eine Menge Missverständnisse. Und zwar, du musst verstehen, absolut wichtig ist es, dass im Gleichbein-Takeaway, also im ersten Teil des Aufschwungs, dass du dich hebst. Sprich, dein Becken etwas rauf geht. Wir kommen dazu später noch. Aber im Prinzip musst du verstehen, wenn du jetzt dich hoch bewegst, hast du dich sozusagen entgewichtet. Du bist leicht geworden. Hättest du jetzt eine Waage unter dir drunter, würdest du weniger Körpergewicht haben auf dieser Stelle als im statischen Zustand. Ich mache das deswegen, damit ich mich sozusagen aus dem Boden raushebe, damit ich mich dann im zweiten Teil des Schwungs wieder fallen lassen kann. Du kannst dir vorstellen, du gehst hoch und landest. Dadurch wirst du wesentlich schwerer, als du eigentlich bist. Wenn du jetzt Wagen unter dir hättest, würde die Waage wesentlich mehr Gewicht anzeigen. Das brauchst du jetzt nämlich für die nächste Phase, nämlich die Phase hier, wo du rausexplodierst, dass du die aus dem Boden kräftig rausdrücken kannst. Das erzeugt dann eine Menge Schlägerkopfgeschwindigkeit und bringt dir dann konstante Schläge. Jahrelang war die gängige Meinung, dass man ja auf keinen Fall irgendeinen Höhenunterschied im Golfschwung haben darf. Das heißt, man hat gesagt, man muss immer auf derselben Stelle bleiben. Man darf ja nicht rauf und runter gehen. Heute weiß man es aber besser. Wir wissen, dass wenn du einen dynamischen, modernen Golfschwung machen möchtest, musst du zuerst rauf, dann runter und dann wieder rauf. Und jetzt zeige ich dir, wie das geht. Um die Sache besser zu verstehen und auch um das richtig zu lernen, habe ich hier ein Theraband. Das hast du vielleicht auch zu Hause rumlegen, ist auch nicht schwer zu bekommen. Das ist die perfekte Übung für das, was wir jetzt machen wollen. Was du machst, ist, du steigst auf das Theraband mit dem vorderen Fuß und du legst es ein wenig zusammen und versuchst so eine Art Golfgriff zu kreieren. Man muss ein bisschen Vorstellungskraft haben und sich auch wirklich vorstellen, das ist ein Schläger. Ich habe dann gesehen, dass die Leute dann nicht mehr wissen, wie sie hingreifen. Also versuch wirklich dir vorzustellen, das ist ein Schläger. Nimm es in die Hand. Und jetzt möchte ich, dass du nur spürst, wenn du jetzt wegschwingst, wenn du bis hierher schwingst, wie du dich eigentlich aus dem Boden raushebst. Ich spüre zum Beispiel auch etwas Druck unter meinem rechten Fuß. Einfach aus dem Grund, weil ich ja versuche, das Band hier etwas lang zu ziehen und ich habe das Gefühl, ich bin etwas leichter geworden. Wenn ich das übrigens falsch mache, zum Beispiel ich gehe jetzt mit den Händen darüber, mache ich das so, dann komme ich ja komplett aus der Balance und kann ich ziehen. Das heißt, wenn ich das richtig mache, muss ich in diese Richtung hochziehen. Ich mache das jetzt ein bisschen weiter. Und jetzt siehst du, dass mein Kopf auch wunderschön in der Mitte geblieben ist. Nun, im echten Goldschwung ist es vielleicht nicht so brutal, wie ich es gerade vorzeige. Da kannst du dir sozusagen deine eigene Dosis wählen. Aber du musst schon verstehen, dass du dieses Hochgefühl haben möchtest. Interessant ist auch meine rechte Schulter. Siehst du, die ist hinaufgegangen und meine linke Schulter, die ist jetzt weiter unten. Das ist das, was ich hier in der ersten Phase erreichen möchte. Habe ich das erreicht hier, diese erste Phase, gehe ich hinauf und jetzt wirst du spüren, dass sofort das Band mich hinunterzieht in die Fallphase. Jetzt bin ich in einer Position, wo der Schläger ungefähr hier ist und ich fühle mich jetzt viel schwerer, als ich sonst bin. Das kann man nicht langsam machen, das muss man dynamisch machen. Also noch einmal, rauf und runter. Jetzt bin ich wirklich schwer geworden. So, wozu ist das gut? Das ist deswegen gut, dadurch sind jetzt die Bodenkräfte aktiviert und ich kann jetzt dann gleich für den dritten Teil des Schwunges mich richtig kräftig aus dem Boden hinausdrücken. Das heißt, bin ich von hier hier gelandet, kann ich jetzt hier rüber nach links schwingen. Das schaut dann so aus. Und du siehst, ich habe mich wieder gestreckt, bin aufrecht und ich habe meine Hände in die richtige Position nach links vorne bewegt. Das hat mir auch dabei geholfen, dass ich genug Rotation mit dem Brustkorb Richtung Ziel bekomme. Das ist eine sehr, sehr tolle Übung, die du immer wieder machen kannst, auch zu Hause. Rauf, runter, rauf. Aber das Wichtigste in dieser Phase ist, dass du spürst, wie du dieses hinauf hast gleich am Anfang. Ein weiterer absolut wichtiger Aspekt zur Körperdrehung, zur Körperstreckung, von dem du sicher noch nie was gehört hast, ist, dass ich ja eigentlich im Schwung, wenn ich hier aufdrehe, ja schon mein Becken dabei habe, das dreht einige gerade. Dann kommt die ganze Wirbelsäule, die Brustwirbelsäule, die dreht auch einige gerade. Aber jetzt bin ich ja eigentlich noch nicht fertig gedreht. Auch die flexibelsten Golfer wären das nicht. Da gibt es noch einen Teil, der noch aktiviert werden muss, damit man die Drehung vervollständigt. Und zwar, das sind die Schulterblätter. Ich stehe mich jetzt einfach mal kurz hier zur Seite und lasse meinen Brustkorb in diese Richtung schauen. Ich gebe jetzt einfach meine Hände hier nach vorne hinauf und bewege einfach meine rechte Hand nach hinten und ziehe das über das Schulterblatt zurück und meine linke Hand lasse ich nach vorne gehen. Jetzt siehst du, dass meine Schultern sich circa 30 Grad gedreht haben, ohne dass mein Brustkorb sich verändert hat. Das heißt, die Schulterblätter rollen um meinen Körper herum, kann man sich das so vorstellen. Das heißt, wenn ich jetzt diese Streckung hinauf mache, ist es nicht nur eine Streckung, sondern ich muss auch die Schulterblätter nach hinten bewegen, nämlich das rechte nach hinten bewegen und das linke nach vorne. Und jetzt bekomme ich eine volle Körperdrehung. Schaut dann so aus. Und wenn ich das Gefühl habe, kann ich das noch wesentlich kräftiger machen. Man kann diese Übung auch übrigens perfekt auch mit einem Golfschläger machen. Man muss dann nur das Thera-Band mit dem Golfschläger verbinden. Und da kriegt man auch dann quasi die praktische Applikation mit dem Schläger. Dann kann man das spüren, das rauf, runter und das rauf. Und wenn du das dann gespürt hast, gibst du das Thera-Band weg. Noch einmal das Gefühl rauf, runter, rauf. Und dann kannst du hergehen und einfach mit diesem guten Gefühl durchziehen. Wenn du wissen willst, wie man die Drehung im Golfschwung richtig macht, dann schau dir unbedingt als nächstes dieses Video an. Also bis gleich drüber auf der anderen Seite. Tschüss.